Musik 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 Ach, ehrlich. Egal, eine ganze Reihe voll. Das ist ja mega. Und Wasser dazu. Ehrlich. Schön. Das ist gerade in einer Reihe. Wahnsinn. Wahnsinn. Ach, hier muss ich runterfahren schon, siehste. Das ist ja fein. Sie wollte, siehste. Hier steht ein Vestas. Oder um 36 oder sowas. Sieh wohl in den Park. Geil, geil, geil. Alter, falls das sowas sehen darf. Mächtigwaltig. Und die Tränen sind so, ja. Ist das cool, dass man angeht. Wo siehst du sowas schon noch? Wahnsinn. Das ist ja abartig geil. Das ist ja abartig geil. Boah, dann hier ist Wasser. Herrlich. Erdreben. Erdreben. Erdreben kommt rum. Ach, hier die runterfahren müssen. Scheiße. Scheiße. Junge, 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 Junge. So, das ist der Windpark. Emmerdick oder irgendwie sowas. Das war 1998. Errichtet ist der Windpark in Emmerdick. In Zivolde. Im Südwesten von Flevoland. Der Park besteht aus 19 Anlagen des Herstellers Netwind. Warte mal. Was habe ich noch aufgeschrieben? Eine Turmhöhe haben die 60 Meter. Und Rohdurchmesser 55 Meter. Wie gesagt, 98. Baujahr. Geil. Herrlich. Noch nie gesehen sowas. Ah, die meisten gehen jetzt aus. Schade. Die dreht sich hier noch. Geil. Richtig geil, ey. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Ja, das ist die fünfte hier. Gucken wir mal, ob ich das sehen kann. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Oh, 13, 14. 19. Doch, könnte 19 sein sogar. Und hier standen noch mehr. Ah, die haben die schon weg. Da stand auch mal eine. Ich glaube, ein paar hatten sie weggenommen. Ein paar fehlen schon. Das habe ich mitgekriegt. Geil, ey. So in alten Kisten, ey. Wahnsinn. Ja, die haben 1000 kW. Jetzt hängt es ja an zu drübeln. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Ist trotzdem noch warm, ey. Richtig cool. Guck dir das doch mal an. Mega. Ein Traum. Wirklich. Herrlich. So, da hinten stehen auch noch jede Menge Anlagen. Sieht aus wie Repower. Ist noch die alte Markierung dran. Wattenpfeil oder Zenvion halt. Was machen die auf dem Acker hier? Die laufen hier, ne? Ja. Keine Ahnung. Und die haben auch verschiedene Turmfarben. Sieht schon lustig aus. Ganz hinten ist es lila schon. Ich habe noch etwas vermerkt. Das könnte doch Windpark Prinzess Alexia Zivolde sein. Mit 36 Repower. 3 4 M 104 von 2013. Das würde hinkommen. Hier stehen jede Menge Repower. Das ist dann diese Prinzess Alexia. Das erstreckt sich nämlich nach hinten. 36 Stück. Das ist ja Wahnsinn. Aber es kommt schon hinten. Das sieht er immer weiter nach hinten. Das könnte der sein. Ja. Cool. Tja. Zwei drehen sich nur. Und ich stelle dann eine nach vorne. Ne. Drei. Eine dreht sich auch ganz langsam. Oh. Richtig ulkig ey. Aber lange werden die bestimmt noch nicht mehr stehen. Wenn die schon zu alt sind. Aber mit den Farben ist das schon mit Absicht so gemacht. Der Kiefer. Alle stellen sie wieder eins. Ach so ein Klubbe. So welche wie ich mal besucht habe. Bei uns in Deutschland. Möchte ich mal. Das war da auch 55er. Ich glaube. Die standen auch still. Aber gut. das schön rechtes wasser längste windräder cool cool ist das schön hier jetzt noch ein spiegel wie das genial 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 jetzt sind wir hier noch mal irgendwo runter oder nicht oder da unten stehen sie ja die jungs meiner letzten der selbe betreiber steht da dran wie bei den westers wo ich da war drei autos gleich hier meine güte kann das ja jemand lesen deshalb englisch halb niederländisch blatt 60 meter steht da dran roter durchmesser 55 meter siebsten stück steht da was ja er kommt jetzt hier hochgefahren bestimmt sie ist alle schön in einer reihe stehen richtig cool jetzt wird sie noch in der hätten ganz die ganze da ganz hinten noch eher ganz leicht aber cool wenn ich mal kurz mit der drohno hier hochgehen ach guck mal da oben ist in der trofklubbe da eben jemand hier sind die jungs sind da oben der ist jetzt abgeholt hat doch gegrüßt also die niederländer muss ich sagen sind sehr freundlich hier ja dann film ich mal von oben die geschichte hier war jetzt sieht man den windpark noch mal von hier so hier stand ich mal kurz mit geflogen jetzt ist arsch warm 23 grad aber es kommt nicht viel wärmer vor wahnsinn echt also heftig jetzt ist die farben sich verändern von den turmteilen da hinten dreht sich eine ich glaube das ist die wo ich stand vorhin leider kommt man nicht ans wasser richtig ran was das denn hier so ein dreht fahrrad cool wäre dynamisch meine stress die haben heute regn angesagt und jetzt scheint hier die sonne das gibt es ja nicht verrückt du musst mir ins bild fahren jetzt die vogel dann war es dass das hier in diesem windpark Und wo ein video folgt im Anschluss reinigen Amen. 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 Amen.